Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal PC-King The Computer Shop mit dem Maximus Extreme RGB PC-King für 5300 Euro zuzüglich versandt. Kurz vorweg, das Video wurde mir vorgeschlagen von Kampfei bei uns im Discord in dem Video-Vorschläge-Kanal, der zufällig auch noch ein Arbeitskollege von mir ist. Grüße gehen raus und das System schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir zuerst zu dem Bild. Die machen alles richtig. Die zeigen wirklich nur das Gehäusebild hier mit einem Intel- und Nvidia-Logo. Das passt so weit dann auch. Trotzdem steht da drunter, Abbildung kann vom Original abweichen. Ist auch gut so, aber es ist halt wirklich nur das Gehäusebild. Das passt so weit. Hier ist noch eine Besonderheit und zwar ist der Lagerbestand auftragsbezogen. Klar, es ist ein sehr teures System, aber die Teile werden dann, denke ich mal, tagesaktuell bezogen, sobald jemand das Teil bestellt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass halt auch bei Geizteils vielleicht verglichen wird und dementsprechend da immer der günstigste Preis genommen wird. Hier haben wir die technischen Specs und zwar haben wir als Arbeitsspeicher zweimal DDR5 5600 Mega, zweimal 32 GB, also insgesamt 64 GB Kingston Fury Beast RGB. 64 GB ist natürlich eine feine Sache, erwartet man in dem Preissegment natürlich auch. 32 hätte ich persönlich wahrscheinlich auch gesagt, wäre dann noch zu wenig gewesen, wobei die meisten mit 32 auskommen würden. Aber 64 ist schon okay. DDR5 5600 ist jetzt halt die Angabe von Intel. Also man kann das auch mit 6000 betreiben, 6400, 6800. Hätte mir besser gefallen. Sie halten sich jetzt halt an die Vorgabe, was soll man da großartig sagen. CL36 habe ich jetzt hier in dem Fall genommen. Den gibt es auch als CL40. Leider steht nicht dabei, was das genau für ein RAM ist. Deswegen sind wir hier preislich schon mal auf der sicheren Seite. Das ist auch die Variante mit RGB-Beleuchtung. Das passt so weit. Und der kostet 220,92 Euro bei T-Shop. Betriebssystem ist Windows 11 Pro. Brauche ich nicht viel zu sagen. Aktuellstes Betriebssystem passt auch hier zum Prozessor oder allgemeinen Config. Das ist schon in Ordnung. Und das kostet 48,60 Euro bei IT-Hardpults. CPU-Kühler Fractal Design Lumen S36 RGB. Also erstmal haben wir hier eine 360er Wasserkühlung mit 5 Jahren Garantie. Ist schon mal nicht schlecht. Die schafft es trotzdem nicht, den Prozessor kühl zu halten, wenn er unter Dauerlast fährt. Hier ist ein 13.900K drin. Selbst eine 420er Wasserkühlung schafft das einfach nicht, wenn man ihn seine 300 Watt dauerhaft genehmigen lässt. Allgemein aber zum Zocken und zum Streamen und so reicht die erstmal aus. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, kommt nicht auf die Idee, den 13.900K dauerhaft mit 100% zu belasten. Das schafft eigentlich keine Wasserkühlung. Es sei denn, ihr habt wirklich so ein geiles Custom-Design mit zwei Radiatoren und ähnliches. Und selbst da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ihr habt halt eine sehr kleine Fläche, wo die 300 Watt von weg müssen. Deswegen, das schafft eigentlich soweit keine Wasserkühlung. Und die kostet 130,68 Euro bei MineFactory. Als Festplatte haben wir 2x SSD M.2 2TB Samsung 990 Pro. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7.450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6.900 MB die Sekunde. Und es sind halt insgesamt 4TB. Finde ich gut bei dem Preispunkt. Kann man machen. Ist eine sauschnelle SSD. Wer es braucht, okay. Bei dem Preispunkt habe ich auch nichts anderes erwartet. Das ist in Ordnung. Und die kostet 157,45 Euro bei Amazon. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Define S2 Vision RGB. Das bringt vorne schon drei Lüfter mit. 140 mm RGB beleuchtet. Und im Heck ist auch noch ein Lüfter verbaut. RGB beleuchtet. Die Wasserkühlung wird sehr wahrscheinlich oben eingebaut. Jetzt werden viele sagen bei dem Gehäuse, oben ist eine Glasscheibe. Das kann man aber tauschen. Da ist wohl im Lieferumfang noch so ein Mesh-Linien-Gitter mit dabei. Das kann man dann auswechseln mit der Scheibe oben. Und dann hat man da auch den Airflow gegeben. Ich habe mir allgemein eben ein kurzes Produktpräsentationsvideo zu diesem Gehäuse angeguckt. Ich kann jetzt nichts Schlechtes feststellen. Klar, wir haben Seitenschlitze. Aber der Abstand von den Lüftern zu den Seitenschlitzen vorne ist groß genug. Weil ihr kriegt meistens Airprobleme, wenn die Lüfter zu nah an der Front sitzen. Und erst dann Seitenschlitze hat. Ich denke schon, dass es irgendwo funktionieren wird. Eine reine Mesh-Front hätte mir jetzt besser gefallen. Aber es wird schon irgendwie klappen. Und das kostet auch stolze 225,23 Euro bei Amazon. Gewährleistung PC-King. Garantie zwei Jahre. Okay, das ist halt so ein Standard. Grafikkarte 40,90 RTX Nvidia Asus Rockstrix OC 24 GB Gaming. Das ist mit eins der Kühldesigns, die am teuersten sind. Es steht auch Asus drauf. Ihr bezahlt viel den Namen mit. Aber es ist eine gute Grafikkarte. Es ist die Top-Grafikkarte von Nvidia schlechthin. AMD kommt da bisher auch noch nicht ran. Man kann, wenn ihr jetzt selber ein System zusammenstellt, noch ein bisschen sparen, indem ihr halt einen anderen Hersteller nehmt. Weil Asus halt wirklich teuer ist. Ihr kriegt die Karte teilweise für 1700 oder 1800 Euro. Wie gesagt, hier kostet sie knapp 1950 Euro. Müsst ihr selber entscheiden. Hier ist sie auf jeden Fall verbaut und wir wissen, was wir bekommen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Mainboard ist ein Asus ROG Maximus Z790 Hero. Das hat schon den aktuellsten Z790-Chip-Satz. Es ist ein großes Board mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Kommen wir jetzt aber zu. Das hat gekühlte Spannungswandler. Vier RAM-Bänke. Hier kann der SSD verbaut werden. Hier unten noch zwei weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot könnt ihr natürlich auch für diese Karte benutzen, die hier mitgeliefert wird. Kommen wir gleich noch zu. Oder eben auch, was weiß ich, für eine Capture-Karte. Eigentlich ist das gleiche gilt für den Slot hier unten. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Tosslink. WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss 5x USB 3.1, 2x Thunderbolt. USB-C ist auch mit am Start. Netzwerkanschluss 4x USB 3.0. Dann haben wir hier noch die Onboard-Grafik. Könnt ihr theoretisch benutzen. Ja, aber nimm bitte die 4090. Sonst habt ihr von der 4090 halt nichts. Und dann noch ein Clear-Bios-Button und ein Reset-Bios-Button. Und jetzt kommen wir auch zu dem Thema, was ich euch noch zeigen wollte. Ihr habt ja hier auf dem Board nur drei SSD-Steckplätze. Es gibt günstigere Boards, die haben vier. Da denkt sich jeder so, hm, was soll das? Hier im Lieferumfang haben wir diese Karte, die hier unten zu sehen ist. Die könnt ihr theoretisch an den Anschluss hier anschließen. Und dann habt ihr nochmal zwei weitere SSD-Steckplätze oder einen weiteren Anschluss für eine PCI-Express 5.0 SSD. Ich wollte es nur erwähnt haben. Das Board kann also theoretisch mit dem kompletten Lieferumfang 5 SSDs fassen. Ja, das ist schon was Besonderes, das Board. Hat aber auch einen stolzen Preis. Denn das kostet 574,80 Euro bei Equiper. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Be Quiet Dark Power 13 Titanium. Also erstmal mit 1000 Watt ist man auf der sicheren Seite. Klar, 13900K, eine 4090, da sollte eigentlich gar nichts mehr passieren. Wir haben den Titanium-Standard, also über 95,2% Effizienz laut Hersteller. Den neuen ATX 3.0-Stecker für die Grafikkarte auch sehr wichtig. Wir haben eine Vollmodularität, 10 Jahre Garantie. Äh, da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Also da haben sie wirklich ein qualitativ hochwertiges Netzteil genommen. Ob man das jetzt braucht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das System ist ja entsprechend teuer, deswegen warum nicht? Und das kostet 254,67 Euro bei Mindfactory. Und zum Schluss der Prozessor Intel Core i9-13900K. Der hat 24 Kerne, 8 P- und 16 E-Cores, also Performance- und Efficiency-Kerne, beziehungsweise 32 Threads. Der hat eine TDP von 125 Watt, beziehungsweise 253 Watt Maximum Turbo Power. Was er sich also für 56 Sekunden reinschrauben kann, dieser Turbo Boost. Wenn man den unlimitiert lässt, pfeift er sich über 300 Watt rein, fragt mal Benz Hardware und Kreativecke, die können das alles unterschreiben. Die haben diese Prozessoren nämlich auch schon getestet und ja, das Ding wird sehr, sehr warm. Wenn man den im BIOS jetzt natürlich genau auf diese Werte beschneidet, dann kann es durchaus sein, dass die Wasserkühlung damit klarkommt. Ich habe eben nur darüber gesprochen, wenn man so einen Prozessor hat, will man natürlich auch das meiste da rausholen. Dann lässt man ihn unlimitiert laufen. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Das Thema hatten wir eben auch schon, das ist halt die offizielle Angabe. Ich betreibe die gerne mal ein bisschen schneller. Ich habe zum Beispiel eine 13600K, für die, die es jetzt interessiert, und der läuft auf 6800 MTS, obwohl ich nur 6000er RAM genommen habe. Da hat mir Tante Käthe von unserem Discord geholfen, einer unserer Mods. Da haben wir so ein bisschen übertaktet. Aber das ist natürlich im Moment auch der Top-Prozessor von Intel, bis die 14. Generation kommt. Aber ja gut, bei dem Preispunkt erwartet man das eben auch. Und der kostet 598,30 Euro bei BR Computer in Österreich, beziehungsweise 600,62 Euro bei Mine Factory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir zweimal die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 4.313,85 Euro. Das System soll kosten 5.300 Euro. Also wir haben hier einen Aufpreis gegenüber Selbstbau natürlich von knapp 1.000 Euro. Da ist es auch egal, wenn ihr bei Geis halt zweimal oder dreimal Versand bezahlen müsst, weil es verschiedene Händler sind. Das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ich wäre bei dem System tatsächlich mit einem Aufpreis von 300 bis 400 Euro gegangen, weil in diesen Hochpreisen-Segmenten schwanken die Preise sehr stark. Da kann es mal in der einen Woche teurer und in der anderen Woche billiger sein. Da kann man dann auch sagen, anstatt jetzt 150 oder 200 Euro Aufpreis, was noch okay wäre, 300 bis 400 hätte ich nur unterschrieben tatsächlich. Aber hier haben wir halt knapp 1.000. Von der Konfiguration her, ja, soweit okay. Beim RAM hätte ich besseren genommen. Vielleicht sogar Corsair RAM. Es hätte gut gepasst halt zu dem Asus-Board der Asus-Grafikkarte. Man kann halt mit Asus und IQ auch so ein bisschen rumspielen, wie er gegen RGB-Beleuchtung und sowas. Ich finde den Fury auch besser. Ich sage es nur, es hätte besser reingepasst. Was die Wasserkühlung angeht, vielleicht auf eine 420er gegangen anstatt eine 360er. Vielleicht sogar von Asus, sofern es die denn gibt, weil es hätte auch gut da reingepasst. Die Luft wäre definitiv noch da gewesen vom Preis her. Die bringt jetzt keinen Mehrwert, nur weil Asus draufsteht. Aber designtechnisch hätte es halt gut dazu gepasst. Aber knapp 1.000 Euro ist halt einfach zu viel Aufpreis. Wie gesagt, Konfiguration soweit. Ja, kann man machen. Es sind keine groben Schnitzer drin. Aber ja, leider zu teuer. Ich müsste mir vielleicht mal irgendwann noch günstigere Systeme von denen angucken. Aber das hier, das ist halt echt schon überteuert, wenn man so will. Auch wenn zwei Jahre Garantie und so dabei ist, ist es relativ egal. Aber es ist meistens so, dass Systemintegratoren in diesem hochpreisigen Segment sehr viel aufschlagen. Warum das so ist, ich kann es mir nur anhand der Preisschwankungen erklären. Aber ein Niedrigpreissegment, sag ich mal, so bei 1.000 Euro um 1.500, da spinnen die normalerweise nicht so rum. Da haben sie auch nicht so viele Möglichkeiten. Aber ja, ich rate euch jetzt erstmal davon ab. Sucht euch irgendwo anders eine Alternative. Beziehungsweise vielleicht fragt ihr einfach bei uns im Ticketsystem was an. Wir haben ja da einen an der Hand. Optega heißt in diesem Systemintegrator. Die können das auch anbieten mit dem Zusammenbau. Die nehmen dann so 250 Euro rum. Das ist dann auch noch in Ordnung. Aber gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.